In unserem ersten Teil zum Thema Krebs wollen wir uns die Ursachen genauer anschauen. Man erfährt die Diagnose plötzlich, aber der Tumor ist lange vorher schon entstanden. Die Ursachen und Risikofaktoren für Tumorerkrankungen sind sehr komplex. Es gibt viele Faktoren, die dazu beitragen, dass sich die Tumorzellen ausbreiten. Hauptursachen sind in unserer modernen Lebensweise und vor allem auch in der Ernährung zu finden. In Umständen, die uns eben oft schon über viele Jahre begleiten. Deswegen ist ein grundlegendes Umdenken eine wichtige Basis in der ganzheitlichen Therapie. Außerdem erfordert das komplexe Krankheitsgeschehen dann auch im besten Fall eine Therapie, die an möglichst vielen Ursachen ansetzt. Und da Vitalpilze so ein breites Wirkspektrum haben, bieten sie sich hier bestens an. Schauen wir uns jetzt im Einzelnen an, welche Faktoren dazu führen, dass Tumorzellen im Körper entstehen. Viele Tumorerkrankungen treten gehäuft im Alter auf. Einfach, weil die verschiedenen Risikofaktoren über die Zeit zunehmen und sich auch gegenseitig verstärken. Die familiäre Häufung ist meistens bei den ausgefalleneren Tumorarten oder bei den Tumoren, die in jüngeren Jahren auftreten, zu beobachten. Hiermit streifen wir jetzt auch das Thema Genetik, besser gesagt die Epigenetik, die immer mehr Beachtung findet im medizinischen Bereich. Die Epigenetik beschäftigt sich mit dem Einfluss der Lebensumstände, wie zum Beispiel Stress und Ernährung auf unsere Gene einwirken. Das erklärt auch, warum eineiige Zwillinge unterschiedlich anfällig für eine Erkrankung sein können, wenn sie einen unterschiedlichen Lebensstil haben. Diese epigenetischen Veränderungen werden auch an die Kinder weitergegeben. Deswegen kommt es zu familiärer Häufung von Tumorerkrankungen. Wenn wir unsere Lebensumstände ändern, können sich diese Risikofaktoren wieder zurückentwickeln. Nur weil etwas vererbt ist, bin ich nicht machtlos ausgeliefert. Diese Denkweise erlebe ich in der Praxis leider sehr häufig bei den Patienten. Und wenn es einem gelingt, das zu ändern, ist schon einer der wichtigsten Schritte geschafft. Des Weiteren gibt es Stoffwechselveränderungen im Körper, die den Tumorzellen sehr gut gefallen. Bei dauerhaft erhöhten Blutzuckerwerten fühlen sich die Tumorzellen wohl. Kommen noch erhöhte Blutfettwerte und Übergewicht hinzu, treten gehäuft die sogenannten stillen Entzündungen im Körper auf. Das Immunsystem muss an vielen verschiedenen Fronten kämpfen. Diese entzündlichen Prozesse werden auch durch den zusätzlichen oxidativen Stress im Körper getriggert. Dieser entsteht, wenn zu viele Fremdstoffe im Körper abgebaut werden müssen. Zum Beispiel durch Rauchen, häufigen Alkoholkonsum, Gifte aus der Umwelt oder in Lebensmitteln, körpereigene Stoffwechselprodukte, die vor allem auch unter Chemo und Bestrahlung anfallen. Oxidativer Stress entsteht aber auch, wenn der Körper mit zu wenig Vitalstoffen versorgt ist oder wenn zu viele davon verbraucht werden. Deswegen sollte man immer auf ausreichend Antioxidantien während der Chemotherapie oder der Bestrahlung achten. Die Menge an Vitalstoffen ist meistens auch bei optimaler Ernährung nicht ganz gedeckt, da der Bedarf einfach höher ist bzw. die Qualität der Lebensmittel nicht ausreichend. Wir sehen also, wie wichtig der Faktor Ernährung ist, um den Körper mit ausreichend Vitalstoffen zu versorgen, aber auch um zu gewährleisten, dass Blutfettwerte und Blutzucker ausgewogen sind. Vor allem ist das Thema Zucker bei Krebserkrankungen ganz wichtig. Mit Zucker ist jetzt hier nicht nur der raffinierte Zucker gemeint, es geht generell um Zucker, der schnell den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt, wie zum Beispiel auch Fruktose aus Trauben und Trockenobst oder leicht verfügbare Kohlenhydrate aus Weißmehl. Süßungsmittel sind hier keine Alternative. Alle stark industriell verarbeiteten Lebensmittel enthalten belastende Zusatzstoffe und meist auch noch ungesunde Fette, die alle den Stoffwechsel und die Leber belasten. Außerdem mangelt es an Mineral- und anderen wertvollen Inhaltsstoffen. Ein weiteres Problem in der Ernährung sind die vielen tierischen Produkte. Beim Abbau von tierischem Eiweiß entstehen Harnsäure und Ammoniak. Diese belasten die Leber und führen im Darm zu einem ungesunden Milieu. Wenn die Darmwand nicht mehr als Barriere funktioniert, gelangen noch mehr Fremdstoffe in das Blut, was einerseits wieder die Leber belastet, aber auch unser Immunsystem überfordert. Außerdem weiß man, dass eine gesunde Darmflora, die nur in einem optimalen Milieubestand hat, die beste Basis für ein gesundes Immunsystem ist. Hier spielt eine ausgewogene Ernährung mit wenigen tierischen Eiweißen und vielen Ballaststoffen eine große Rolle. Was häufig gemeinsam mit Tumorerkrankungen auftritt oder als Risikofaktor für deren Entstehung zu betrachten ist, sind virale Infektionen. Man kennt es zum Beispiel bei Gebärmutterhalskrebs, dass zuvor oft das Human Papillomavirus, HPV, nachgewiesen wird. Das Immunsystem kommt durch Viren in einen Zustand, der es auch den Krebszellen leichter macht, sich auszubreiten. Außerdem spielt Bewegung eine große Rolle. Dadurch wird der Stoffwechsel verbessert und Stress abgebaut. Wichtig ist, dass es Bewegung ist, die wirklich Spaß macht und dass der Sport nicht zu intensiv betrieben wird. Ganz wichtig ist es, auf der emotionalen und mentalen Ebene Stress zu reduzieren. Allein schon die Diagnose wirkt oft wie ein traumatischer Schock. Meistens bestehen aber auch schon emotionale Belastungen vor der Diagnose. Die Psychoneuroimmunologie beschäftigt sich mit den Auswirkungen von psychischem Stress auf das Immunsystem. Ein hoher Cortisolspiegel, wie er gerne unter Stress zu finden ist, führt dazu, dass das Immunsystem blockiert wird. Wir fassen zusammen, was eine ganzheitliche Therapie können muss, die an den Ursachen von Tumorerkrankungen ansetzt. Das Immunsystem sollte reguliert werden und in diesem Zusammenhang auch der oxidative Stress und die Entzündungsneigung. Leber und Darm sollten wegen der Entgiftung unterstützt werden. Die Fett- und Zuckerwerte im Blut müssen reguliert werden. Das Nervensystem sollte gestärkt werden, um emotionalen und mentalen Stress zu reduzieren.